ARD Text im Auftrag von Funk 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 Keine Ahnung, ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. Auf jeden Fall muss ich die Pylone setzen, sonst... ... geht's wieder kacke aus. Du und die Pylone, ja. Kratz schon mal ein bisschen die Pylone an. Nein, schon wieder! Aber eine Sonde lebt ja noch. Ja. Und das nächste ist nur ein Overlord, sonst bin ich sie bleiben. Ich geh los, kommst du mit? Jo. Die Pylone ist ja immer noch ohne Energie. Ach, das ist viel besser für mich als für ihn. Niemand kann uns aufhalten. Ehre den Dailan. So soll es geschehen. Für den Ruhm. Hoher Salam. Nur die Gläubigen für... ... Die Erstgeborenen... Gehen wir wieder zurück, oder was? Ja, kommen wir nicht rein. Unser Denken gleich. Dann mach ich mir die Gold fertig. Aber er hat verdammt viele Dinge, ne? Ja, ich auch ein paar. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen... Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Ich geh's... Der kommt, der stehen, Gegner vor der Hütte. äh ja auch nicht drauf hast du noch truppen ja der schwung ist jetzt zu spät den sterblichen sind weg ist durch oh nein so soll es geschehen ziel erfassen und ein und Eure Verbündeten besitzen sich um ihn zu sehen. Boah, die kleinen Finger, ey. Base ist weg. Die sind gut, die sind richtig gut. Ja, kommst du nicht raus. Jetzt kannst du raus, geh raus, geh raus. Wir werden Rache üben. Wir müssen gleich nachpushen. Ich hab 1000 Gas, brauchst du Gas? Bisschen Gas, ja, kannst du mir geben. Go. Ich bin hier. Mineralien fällt, erschöpfen. Komm, 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 komm. Wir sind nachpushen. Oh, bin wir dabei. Shit, das reicht nicht. Synchronisiere. Jetzt wird es für mich. Wir haben einen Kerin. Wir haben einen Kerin. Wir haben einen Kerin. Nee. Ich bin hier, dass die Blutke nichtışivieren. Um gerade vor einigen zu Ohh. x muss fallen ja der toss hat er zu viel und wenn ein einheit ist weg reicht einfach nicht Oh, Pfeiten Ah, ist zu viel, ist zu viel Ah, ich hab auch keine Minereien mehr Oh, komm, ich hab nur Gas GG Tja Ich will trotzdem mal das Spiel angucken Ah, die hat noch zwei Echsen Der Toss hatte die Gold-Echse unten Vielleicht ist es sinnvoll, dass ich die Gold-Echse nehme Einmal Ich muss gucken, wann er die genommen hat Narian Push, oder? Nach dem Push Bei Minute 37 Ne, da haben sie noch nicht gepusht Also der Zerg macht gerade unten alles frei Er hat schon der dritte, aber er hat nicht die zweite Gold Der Toss hat schon zwei Unsterbliche und einen Haufen Krimskrams Das hätten wir sehen müssen, dass die kommen Dann hätten wir es geschafft Der greift mir den bisschen an, ey Na gut, wir haben ja auch nix Na ja, dann sehen wir uns in der Endcard, würde ich sagen Ja, dann würde ich auch sagen, sehen wir uns in der Endcard Bis dahin, tschüss, tschüss Und das sind wir auch schon wieder Abspann Wir hoffen, dass ihr euch gefallen Und würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder bei uns einschaltet Wer hat nichts verpassen, wir können natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren Oben rechts findet ihr dann ein anderes Bike von uns Und unten rechts nen StarCraft Projekt Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi Eure Muttipermando Bis dahin, bis dahin, bis dahin